ein wundervoller montag hier am 15 juli 18 uhr 19 29 grad die kids spielen draußen wasser rutschen überall wir haben beste laune hier oben im büro ohne klimatisierung aber mit einer wundervollen rosenwand wie man sehen könnt jenny hat sich hier neu dekoriert applaus ich hoffe ihr seid alle gut in der woche gestartet eine neue episode eine neue edition unseres talks hier am montag was haben wir mitgebracht die jenny hat sich viel mehr gedacht dass man drüber talk weil wir wahrscheinlich auch selber infiziert sind irgendwo mit der aufmerksamkeitsspanne mit dem mit dem thema kurzlebigkeit mit dem thema wie erleben wir die digitalen medien was hat uns dahingehend ego verändert aber auch so in unserem umfeld im umkreis bekannte verwandte familie freunde und so weiter und so fort ja was das thema geduld angeht reizbarkeit schnelle ergebnisse schnelle antworten immer alles schnell schnell auf schnelle basis aller drive in und drive through dass man sofort alles bekommt ja gar nicht mehr das thema aushalten mehr inne hat inwiefern wir auch selber wahrscheinlich davon betroffen sind ich glaube keiner kann ich davon schreiben aber was für historische entwicklung gibt es überhaupt es geht ja verschiedene seiten ja wir haben auch verschiedene technische epochen hinter uns oder befinden uns ja aktuell wieder einer neuen epoche ja thema digitalisierung und was weiß ich nicht ja was hat das damit auf sich ja wie gehen wir rein wie steigen wir ein was hast du dir gedacht ich nehme erst mal wieder einen großzügigen schluck von meinem espresso bitteschön dankeschön ja für mich selber ist so die beobachtung ja klar das eine ist die schnelllebigkeit die aufmerksam aufmerksamkeitsspanne wie du das schon richtig gesagt hast also die aufmerksamkeitsspanne ist keine ahnung gefühlt fünf sekunden ne also bei instagram sollte ein reel nicht länger wie 30 sekunden sein sagt man ne weil sonst ist es den leuten zu lang dann scrollen die weg bei tik tok zum beispiel ist es wieder anders da muss es mindestens eine minute sein sag ich mal dass es überhaupt als post wirklich anerkannt wird und überhaupt eine reichweite generiert ähm ja also ich sag mal so im gespräch merkt man das dass es den leuten schwer fällt zuzuhören also dass das so eine sache ist die vielen leuten die können die ein zwei minuten zuhören und dann schweifen die schon ab oder sind schon mit dem gedanken woanders aber mir geht es auch so um dieses thema schnelllebigkeit alles was passiert muss rucki zucki immer immer schneller passieren keine ahnung sagen wir mal zum beispiel das thema gewichtsverlust also man ähm keine ahnung man kann jetzt nicht dauerhaft sein gewicht umstellen also seine sagen wir mal seine nahrung ernährung umstellen und sagen so wie früher hat man ja gesagt also ein kilo in der woche mehr geht nicht sonst ist es nicht nachhaltig und so weiter ich meine unsere programme sind ja schon schnell ne wir haben unser vier tage programm dann nimmst du zwei bis vier kilo ab wir haben unser neun tage programm da hast du zwei bis fünf kilo und das ist ja schon schnell aber den leuten ist alles zu langsam da machen wir lieber schnell eine op das geht schneller egal ob das dann was weiß der kuckuck bauch decken straffung ist oder ob es da eine marken op ist ne generell machen wir lieber mal hier was spritzen da was spritzen oder irgendwie eine op anstatt dass man jetzt zum beispiel ins fitnessstudio geht und trainiert ein six pack heutzutage lässt man sich implantate setzen oder auch wenn das thema beauty was ist thema beauty angeht fällt mir deshalb extrem auf bei vielen influenzern auch ne also da wird heute das keine ahnung Shampoo A gezeigt und morgen ist es schon das Shampoo B und so weiter. Und es muss immer was Neues sein, es muss immer was Fancy sein, es muss immer neu riechen und es muss auch immer teurer sein, habe ich manchmal so einen Eindruck. Also so ein normales Parfum, was heißt normal, in Anführungszeichen Parfum, ne, für weiß der Kuckuck, 30 ml, 50 Euro, das reicht nicht mehr. Heutzutage reden wir von 300 Euro Parfums, ja. Und da auch immer schnelllebig, heute, der durch morgen, der. Und das ist so das Thema, wo mir auffällt, also wir können ja immer schnelllebiger werden, aber Dinge sind eben nicht schnelllebig. Und wenn ich jetzt alleine mal das Thema Shampoo nehme, habe ich letztens nämlich einen interessanten Beitrag auch gelesen von jemand und ich kann es selber bestätigen. Ich habe mein Shampoo, also ich benutze ein Shampoo rein auf natürlicher Basis, natürlich von uns, und als ich umgestellt habe, erstens mal hat es halt nicht so geschäumt, da musste man sich dran gewöhnen, ne, also das herkömmliche aus der Druckerie, wo schön die Chemikalien enthalten sind, geschäumt schön. Da habe ich aber wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich mich, bis meine Haare sich richtig an das Shampoo gewöhnt haben. Aber meine Haare haben sich so nachhaltig an das Shampoo gewöhnt, dass ich weniger Haarausfall habe. Meine Haare sind sehr lang, ich weiß nicht, ob man das sieht, ne, also super lang. Und ich muss meine Haare wirklich weniger waschen. Also ich habe früher im Sommer bei Wetter wie jetzt jeden Tag meine Haare gewaschen, im Winter jeden zweiten Tag, weil ich sehr fettiges Haar hatte. Mittlerweile wasche ich meine Haare zweimal die Woche und es ist wirklich ausreichend. Und solche Ergebnisse erzielt man aber, indem man an etwas dran bleibt und etwas länger tut. Ich habe manchmal das Gefühl auch, wenn Leute bei uns Nahrungsergänzungsmittel holen, dann schildern die die Sache, was sie gerne haben möchten und dann ist die Erwartungshaltung heute zum Beispiel, ja, nehme ich zwei Kapseln und morgen ist mein Vitaminhaushalt schon perfekt oder so, ne. Und das ist so das Thema, auch wenn das jeder möchte, so funktioniert es nicht. Deine fünf Cent. Ja, meine zwei jetzt nochmal dazu. Ja, das ist ja einfach nur mal von Vitaminen oder Mineralstoffen und sowas auszugehen. Allein die Annahme, Eisen, Eisen ist ja eigentlich so ein Depot, was du dir aufbaust, ne. Dauert halt seine Zeit, wenn du das supplementierst. Klar, du kannst zum Dock gehen, kannst dir eine Infusion geben lassen, eine Spritze, dies, das, bist du schneller on top, aber es dauert. Was ich aber auch sagen will, da wir auch hier unseren Podcast createn, da wir auf Multiplattformen mittlerweile unterwegs sind, über YouTube, TikTok, Instagram sowieso und Facebook, muss ich auch sagen, es ist schwierig, da ein richtiges Mittelmaß zu finden. Ich finde, also für mich ist die, wenn ich Videos gucken will, ist für mich die Plattform YouTube schlechthin. Vielleicht bin ich, auch weil ich damit aufgewachsen bin, aber ich glaube 2005 oder 2006 ist YouTube hier in Deutschland gestartet und mein YouTube-Account, den ersten, habe ich schon seit 2007, ja, also war relativ früh mit dabei. aber ich finde halt, guck mal, du sagst hier, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden, wenn da kein Reiz getriggert wird, swipen sie gleich weiter, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, wie auch immer. Deswegen finde ich es sehr schwer, als Creator oder hier als Team, jetzt machen wir einen Weekly-Vlog, wir machen einen Vlog, wir machen jetzt hier einen Podcast, der geht jetzt eine Stunde, ein Weekly-Vlog, keine Ahnung, je nachdem, wie viel wir gefilmt haben, 17 Minuten, 20 Minuten, dies, das, Ananas oder ein Travel-Vlog, auch 20 Minuten. So, wie willst du das in 30 Sekunden auf Instagram packen? Wie willst du das in einer Minute auf TikTok packen? Klar, geht es dann darum, irgendeine Schlüsselszene rauszufinden oder mehrere Schlüsselszene, deswegen faken ja auch viele in ihrer Video-Creation, ja, die machen dann auch nur ein Single-Take dafür, um um diese 15 Sekunden, 30 Sekunden voll zu machen, was eigentlich gar nicht wirklich ums Video geht, nur, dass die Leute dranbleiben und eventuell auch in der Videobeschreibung auf den eigentlichen Link klicken, dass sie beispielsweise auf YouTube landen, damit sie halt das 17 Minuten lang Video sehen können. Deswegen finde ich es verdammt schwer, weil es so kurzlebig ist, da wirklich gerecht zu werden, weil ich bin mir sicher, dass es da draußen viele Content-Creator, also Inhaltsersteller irgendwo gibt, die richtig tollen Content haben, aber da nicht durchkommen, keinen Durchbruch finden, weil da irgendwo wirklich der letzte Golden Nugget irgendwo vergraben liegt, dass die Leute dranbleiben. Ja, es gibt wahrscheinlich sehr, also ich habe auch viele tolle Videos selber durch Recherche dann gefunden, die mir dann auch hier Tutorials und was weiß ich nicht, einen selber dann halt eben helfen, die eigentlich kaum Klicks haben, dann gibt es ja Videos, die wurden vor zehn Jahren hochgeladen, die waren 127 Klicks, dabei sind sie richtig gut, deswegen verdammt schwierig, in der heutigen Zeit richtig durchzustarten und da bin ich jetzt bei dem Punkt, ich werde kein, also je nachdem, wie man unseren Content hier sieht, den wir hier rausballern, über was wir hier auch im Podcast über Themen sprechen, ich werde hier kein Schrott-Content machen, ich werde hier kein Harz, okay, es ist ja kein Harzer-Content mehr, ich werde hier kein, kein, kein bildungsfernen Content machen, ja, wo ich dann lecker, lecker irgendwas in die Kamera rein blabber, ja, wo dann die ganze Familie in die Bockwurst reinbeißt, ist komplett, komplett tappisch, meiner Meinung nach, aber, ja, erzähl, ja, ganz kurz, das Ding ist, es ist das Gleiche, ne, kennst du diese Familie, die am Tisch hockt, dann lecker, lecker, machen, keine Ahnung, lecker Fischbar, Fischbar-Teller, Fischbar-Scheiß-Drägerle, also das Ding ist, auch das ist so eine Sache, als wir, wir hatten lange, lange vor, mit YouTube zu starten, aber manchmal, bis man halt aus seiner Komfortzone rauskommt, beziehungsweise unsere Umstände, die waren einfach nicht dementsprechend, dass wir das hätten machen können, da können wir auch mal ein Video drüber machen, also die Umstände waren eben, ja, egal, auf jeden Fall, wir haben Dezember gestartet und wir bauen uns das ja auch langsam auf, also, ne, rein theoretisch machen wir das jetzt gut ein halbes Jahr, ich finde das, was wir erreicht haben, wirklich schon grandios, also, und auch hier mal ein großes Danke an alle Abonnenten und, alle ein Dankeschön, die auf Abonnieren gedrückt haben, ja. Ja, ähm, aber auch das hat ja seine Zeit gedauert, also, wenn wir einfach im Dezember gedacht hätten, okay, wenn wir jetzt innerhalb von vier Wochen nicht die hunderttausend knacken, äh, lecker, lecker, dann stopp ich, oder so, dann, keine Ahnung, dann hätten wir jetzt einfach diesen Podcast schon immer aufgenommen und genau so ist es ja mit allen anderen Social Media Kanälen, ich meine, ich glaube, ähm, Instagram mache ich jetzt schon bald sieben Jahre, ne, ähm, gut, TikTok bin ich jetzt noch jünger gestartet, auch im März erst, Ende März, also April kann man sagen, ne, also, das sind alles Themen, die muss man aufbauen, genauso wie unser Business, ne, die Leute, das ist aber so das Gleiche, ich beobachte so die Leute, da gibt es ja ganz viele, ne, die fangen heute an, Versicherungen zu verkaufen, morgen machen sie Krypto, übermorgen machen sie die, äh, Tiegelchen und Töpfchen und überübermorgen ist es dann, keine Ahnung, irgendeine App oder keine, weiß der Kuckuck, was die machen, ne, überübermorgen sind sie Coach, also irgendwann sind alle plötzlich Coach, ja, also das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, naja, also man muss doch mal an der Sache bleiben und Leute, ich sage euch einfach so, wie es ist, die Qualität, die bei uns spricht und das ist auch das, was die Leute an unsere Kunden, unsere Teampartner, unsere Bekannten, unsere Follower schätzen, ist einfach die Qualität, die an etwas ist und egal, wer erfolgreich ist, ist an etwas drangeblieben und hat für Qualität irgendwann gesprochen, Qualität im Content, Qualität auf die Spezialisierung, was die Themen sind, Qualität aufs Geschäft, also wir machen unser Business schon seit sieben Jahren, also die Leute, die drauf warten, immer noch drauf warten, dass wir aufhören und irgendwie was anderes machen, die können noch lange warten, ja, also der Zug ist schon abgefahren, also dementsprechend sieht man ja, nichtsdestotrotz, dass dann immer wieder Leute auf einen zukommen, die auf diese Qualität vertrauen, die sagen, hey, ich sehe das bei euch, ihr macht das richtig gut, ihr betreut die Kunden gut, ihr habt richtig viel Ahnung von dem, was ihr macht, ich möchte bei euch starten oder ich möchte bei euch ein Produkt kaufen und nicht woanders, weil die Leute einfach vertrauen und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste an dieser ganzen Sache und auch Influencer, sage ich mal, leben ja von der Empfehlung, das ist ja nichts anderes im Prinzip wie bei unserem Business und ich denke, auch die haben eine Followerschaft, die denen vertraut und wenn du als Influencer jeden Tag ein anderes Shampoo hochhältst, kann dir auch kein Mensch mehr vertrauen. Und genau das ist ja das Problem und dann, wenn die Leute halt eben nicht mehr deinen Code eingeben, Hannes 10, immer die besten Rabatte, ja, dann bist du halt eben auch nichts mehr. Ja, und das ist halt eben auch das Ding, was ich jetzt noch anspreche, also nicht jetzt aufbauen auf das hier, aber guck mal, die ganzen ADHS-Hannesse, ja, die schon großgezogen werden, ja, die Kids heutzutage, die Heranwachsenden, die Jugendlichen, die jetzt wirklich voll digitalisiert aufwachsen, ich sehe immer mehr und das ist echt krass, Bruder, ne, die hocken mit ihrem eigenen Tablet, mit ihrem eigenen Mobiltelefon, können eigenverantwortlich sich hier berieseln, miesen wollen, ohne dass da irgendwie ein Kinderschutz drin ist, irgendein Jugendschutz ab 16, nein, die sind auf Netflix, voll auf 18er Filme, die können sich reinschauen und werden komplett weichgebraten in der Birne, ja, da ist kein Elternteil, natürlich, es gibt solche und solche, ich kann nichts verallgemeinern, nichts über den Kamm scheren, aber was ich so sehe, wenn wir unterwegs sind, ähm, in Kinderwagen, was weiß ich nicht, wenn sie in Restaurants sind, da wird hier ein scheiß Tablet ausgepackt, hingestellt und guck dir das an, früher haben wir vielleicht unser Matchbox-Auto dabei gehabt oder, oder du dein Püppchen, keine Ahnung, ähm, früher gab es auch Spielecken, gut, die gibt es heutzutage immer noch, es gibt ja explizit auch Restaurants mit Spielecken, mit großen Spielecken mit einem richtigen Spielplatz, da kannst du was machen, ey, aber die, die Kids werden ja schon so weichgeprügelt in der Birne, dass, dass die Probleme immer offensichtlicher werden, ja, Kinder mit Konzentrationsschwäche, ja, die sich nicht konzentrieren können. aber da muss ich auch wieder sagen, ähm, Eltern, also ich meine, man hat ja irgendwo auch eine Vorbildfunktion, ne, und, keine Ahnung, ich denke einfach, auch da ist ja wiederum die Schnelllebigkeit, ein Kind guckt sich ja im Prinzip alles bei seinen Eltern ab. Klar, wenn ich jetzt, sag ich mal, als Mama oder als Papa zu Hause von mir aus, ne, im Homeoffice arbeite, sitze den ganzen Tag am Rechner, bin den ganzen Tag am Tablet und am Handy und meinem Kind erkläre, Papa, Mama, arbeiten gerade, dann ist das ja eine Sache, ne, aber, wenn ich jetzt meinem Kind natürlich erklären möchte, dass, ja, wahrscheinlich, dass es nicht dauernd aufs Handy gucken soll, dann kann ich natürlich auch nicht 24-7 aufs Handy gucken. Natürlich kann ich einem Kind vermitteln, dass das gerade Arbeitszeit ist und deswegen bin ich gerade da oder dass ich gerade einen Kundencall habe, ne, also das kann man erklären, aber ein Kind hört und sieht ja auch, was man selber konsumiert und das Ding ist aber auch, glaube ich, zum Beispiel meiner Oma war das immer extrem wichtig, das ist sowas, was sie mir vermittelt hat, wenn man etwas anfängt und dann macht man es fertig, egal, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht, ob das immer so, so komplett richtig war, ich weiß es auch nicht, aber Fakt ist, ich wollte Ballett machen und ich war zehn Jahre im Ballett. Also ich habe angefangen und, also ich durfte mir aussuchen, meine Oma hat gesagt, es ist wichtig, dass man eine Sportart macht, ich durfte mir aussuchen, was, und es war halt bei mir Ballett und somit war ich halt zehn Jahre, also ich war nicht nur im Ballett, ich war auch im Modern Dance, Jazz Dance und so, ne, aber für sie war das so, du fängst was an und dann machst du das fertig. und nicht heute mache ich das, übermorgen mache ich das, überübermorgen mache ich dies. Ich meine klar, dass vielleicht ein Kind am Anfang mal schnuppern muss, ist es eher Fußball, ist es eher Handball, Basketball, Ballett, ist es Schlittschuhlaufen, Rollschuhlaufen oder keine Ahnung, das ist eine Sache. Aber wenn man getestet hat, da muss man sich ja mal für eine Sache entscheiden und da war halt für meine Oma wichtig, nicht, dass man da nur dreimal hingeht und das war's oder halt auch ein halbes Jahr und das war's, sondern dass man an etwas dran bleibt. Das war ihr unheimlich wichtig, das hatte mir in meiner Kindheit in allem wirklich vermittelt, dass man Dinge bis zum Ende durchzieht und egal wie es ist, ich glaube, das ist ein Wert. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer richtig, weil ich habe mich in meinem Leben so erwischt, dass ich oftmals Dinge, wo ich eigentlich gar nicht mehr wollte oder gar nicht, also wo ich es gar nicht von Herzen gemacht habe, aus diesen Werten, aus diesem Glaubenssatz heraus halt wirklich immer weiter gemacht habe, weil ich das so angewohnt bekommen habe. Wenn man aber mal richtig unterscheidet, ja, und es nicht auf alles nimmt, dann war es schon richtig, weil ich denke, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt heute bin, wenn ich nicht gelernt hätte, dass ich Dinge, auch wenn es schwierig wird, einfach durchziehe. Also dann hätte ich mein Studium wahrscheinlich nie beendet, hätte ich das Studium wahrscheinlich gar nicht angefangen, dann hätte ich überhaupt gar nicht das Abi auf der Abendschule gemacht, dann hätte ich meine Ausbildung nicht fertig gemacht. Also das sind so Dinge und das vermittelt ja ein Elternhaus. Also auch da sehen die Kinder ja, okay, was machen meine Eltern? Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, auch einem Kind sowas beizubringen. Ja, und wie ich das Ganze halt eben sehe, natürlich, wie du Sachen angepackt hast, dann hast du durchgezogen, dies, das, auch wenn es nicht immer richtig war, ich will jetzt auch da nichts mehr durch jede Torte jagen, bla bla bla, ist alles in Ordnung. Aber für mich ist es halt eben das Ding, für alle, die jetzt einen neuen Job suchen, am besten guckt ihr, dass ihr irgendwo was in der Psychologie macht, weil das ist ein riesengroßes Thema. Oh ja, das stimmt. In der Psychotherapie, was weiß ich nicht, oder werde dich, oder nenne dich, ich bin der Digital Detox Master, machst deinen Freelancer, was weiß ich nicht, machst deinen eigenen Ayurveda Bedarf auf und bietest nur noch Digital Detox an, weil das sehe ich als riesengroßes Feld, was die nächsten Jahre aufkommt, dass die Leute weniger Bildschirmzeit haben, mehr, klar, wir haben auch oft die Diskussion, auch wenn wir Social Media Coachings machen, was weiß ich nicht, weil wir viel fotografieren, viele filmen, wie nehmen wir unsere Umwelt überhaupt wahr, aber wir machen ja das eine, um was zu transportieren, wir machen ja mit laufend Fotos und Videos, weil wir nichts mehr zu tun haben, wir transportieren was und wir wollen damit was erreichen, also wie benutzt ihr überhaupt ein Medium, aber was ich dann halt eben sehe, dass die Jungs und Mädels da draußen nur noch sich weich kochen in der Birne und an den Punkt kommen, wo sie nicht mehr können, wo sie wirklich so eine Abhängigkeit haben, dass so ein Detox her muss, Detox Begriff bla bla bla, aber ihr wisst, was ich meine, dass sie dann einfach mal sagen, zehn Tage kein Handy oder ich bin im Urlaub, ich mache es aus, Flugzeugmodus, wie auch immer, oder ich gebe mein Handy ab oder ich mache das Handy nur noch abends an, da gab es ja auch vor einiger Zeit eine YouTuberin, die hat dann auch diesen Detox gemacht, wie dann ihr Leben besser wurde und was weiß ich nicht und dann war sie aber wieder in der Spirale drin mit ihrem WhatsApp bla bla bla, das sieht man aber wie krass, dass der ganze Kram uns irgendwo abhängig macht und wir das eigentlich gerne so mitbekommen. Ich meine, du bist schon 83er Jahrgang, ich bin 86er Jahrgang, jetzt gucken wir einfach mal die Kids von 2010, oder hier, was haben wir jetzt, 2024, die Kids, die vier Jahre sind, die 2020 geboren wurden, Kindergartenkinder, die sind ja auch schon irgendwie komplett voll digital unterwegs. Ja, aber ich glaube, man muss auch manchmal, ich meine, alles schön und gut, Generation Z und so und die wollen alles, ich finde es auch gut, dass die sagen, ey, ich will keine 17 Stunden mehr rackern und mir von meinem Chef sagen lassen, wie blöd ich bin, ja, ich bin was wert, ich bin ein Mensch, ich habe eine Meinung und es reicht auch, acht Stunden zu arbeiten und man muss damit überleben können und es ist auch wichtig, auf die Umwelt zu achten und sonst was, ich will das gar nicht so überspitzt darstellen, wie es oftmals in den Medien dargestellt wird, weil ich bin mir sicher, dass diese Generation auch nicht so Hardcore, Klimakleber alle sind, sondern, dass es einfach Menschen sind, die Dinge verändern wollen und anders wollen, das ist ja auch okay, aber nichtsdestotrotz muss man Leuten trotzdem irgendwo auch mal Grenzen setzen und Werte irgendwo mitgeben, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an diesen Konsum denke, von diesen tausend Sachen, ich sehe dann immer diese Hauls, wenn die Mädels in DM rennen und dann immer dieses Video, ach, ich bin wieder total eskaliert, dann muss ich immer lachen, weil ich kaufe da so gut wie gar nicht, gehe da zweimal im Jahr hin, furchtbar, da rollen sich mit die Fußmäkel hoch, ich bestelle halt alles bei uns selber, bei unserem eigenen Business und an unseren Produkten ist halt das Schöne, dass man wirklich minimalistisch unterwegs ist, man kann ein Produkt als Mundspülung, als Leave-In-Kur, als Aftersun, als Hundespray und so benutzen, also richtig gut, aber auch da ist es halt so eine Sache, zum Beispiel meine Großeltern hatten einen Getränkehandel und natürlich habe ich, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich als Kind zu Hause in die Getränkehalle bin und durfte mir aussuchen, was ich trinken will, also ob es jetzt die Apfelschorle war oder der Muldi-Saft oder der O-Saft oder die Fanta oder die Sprite, also ich meine, ich überlege gerade, ich glaube, die hatten eher so von Frankenbrunnen, Orangen und Zitronenlimo, Almdudler hatten wir auch schon damals, also wir hatten verschiedene Sachen, ich meine, ich durfte jetzt nicht einfach an eine volle Kiste gehen und mir eine Flasche nehmen, sondern ich durfte sagen, okay, das will ich trinken und dann musste ich so mindestens eine halbe Kaste für Privatentnahme quasi, da war so eine Ecke für unsere Privatentnahme, da ging dann so eine halbe Kiste hin, aber ich durfte das schon, das durfte ich, aber natürlich durfte ich jetzt nicht, also waren wir jetzt nicht im Supermarkt unterwegs und dann habe ich im Supermarkt zum Beispiel, damals gab es noch keinen Red Bull, aber dann habe ich zum Beispiel im Supermarkt dann gesehen, ah, da gibt es jetzt so fancy Red Bull oder in der Schule trinken die alle dies und das und jetzt kaufen wir das, also das gab es natürlich nicht, weil das war ja unser Geschäft und natürlich haben wir die Getränke bei uns im Geschäft genommen, ist ja logisch, also man ist ja selbst, wenn man ein Geschäft hat, sein bester Kunde und genau so sollte man das auch seinen Kindern vermitteln, weil oftmals höre ich dann, ja, das sind halt Kinder und die wollen halt mal probieren und die wollen halt mal dies, die wollen halt mal das, naja gut, aber wenn deine Eltern ein Geschäft haben, dann, und du das da kostenlos bekommst, ist ja logisch, dass du deine Eltern supportest und die Sachen daher nimmst und nicht irgendwas anderes benutzt, auch das sind Werte, die man vermittelt, ja und ich sage auch, jetzt hier noch ein paar kleine Exkurs dazu, hat man euch ja schon öfters mal gehört, irgendwo diesen Satz droppen, nie hatte die Menschheit irgendwie mehr Information zur Hand, du hast ja quasi omnipräsent, auch wenn du dich nur auf den Wikipedia-Artikel gestürzen willst, aber was macht die Menschheit? Nie mehr Informationen gehabt, aber sie machen nichts daraus, ja, die lernen nichts daraus, auch nochmal ein Exkurs, bei uns im Geschäft, auch mit unseren Produkten, die wir hier haben, usen, und veräußern wollen und möchten, und was weiß ich, was weiß ich immer, ist Thema Darmgesundheit schon seit jeher, das A und O. Jetzt haben da ein paar Mikro-Influencer, die dann zu großen Influencern werden, das Thema Darmgesundheit für sich entdeckt, das Mikrobiom, und erzählen dir was, was du noch nie gehört hast angeblich, ja, die erzählen dir von Tuten bis Blasen, von Buxtude bis dahin irgendwas, und kennen sich damit null aus, die blabbern irgendwas nach, weil keiner weiß, was ein Mikrobiom ist, aber ernehm diese Worte in den Mund, dann erzählen diese dir seit neuestem, wann du deine Vitamine zu nehmen hast, diese fettlöslichen, wasserlöslichen Vitamine, welche solltest du nach dem Essen nehmen, welche solltest du vor dem Essen nehmen, welche solltest du vor dem Frühstück nehmen, beim Aufstehen und vor zum Bett gehen, weißt du, ich weiß nicht mehr wohin, mit meiner ganzen Kotzerei, ja, weil, das machen wir schon seit jeher, aber die wissen ja gar nicht, warum sie Vitamine nehmen sollen, ja, die wissen ja nicht mal, wir sind so, wir haben alle Informationen, die Bundesregierung schickt die raus, wir haben alle Informationen, aber die machen nichts daraus, seit Jahren kommt der Ernährungsbericht raus, von der Bundesregierung, dass in unseren Lebensmitteln nichts mehr drin ist, also das, wir haben die Ballaststoffe, wir haben minimal Vitamine, Spurenelemente enthalten, minimal, ja, das ist so, ein Apfel hat 80% seiner Power verloren, 80%, das ist, du beißt in Wasser rein, in den Granny Smith, in Wasser, dann hast du die Masse, die Ballaststoffe irgendwo und hast den sauren Geschmack, das war's, da ist nichts mehr drin, so. Also, ich muss sagen, ich sehe halt bei vielen so ein, wie du sagst, so dieses Darmgesundheit, jetzt haben die alle so ein Pülberschen, das nennt sich irgendwas mit Gatt, also Gatt ist ja Magen auf Englisch, und halten alle das Pülberschen hoch, die nehmen das, und das ist ja so super, und die haben dann keinen Blähbauch mehr und sonst was. Kollagen, Kollagen haben sie alle erfunden. Kollagen nehmen jetzt auch alle so ein Pülberschen, und das ist ja super, und also wie Thomas sagt, so richtig erklären, warum sie es nehmen können, das ist auch nett, sie haben plötzlich keinen Blähbauch mehr, du hast nett, weil du einmal in Pulver trinkst, keinen Blähbauch mehr, ne, man muss ja schon erklären, was macht denn das Ganze, und, aber das Witzige da dran ist, tatsächlich hat eine, also haben ein paar Follower dann mal gefragt, in der Kommentaren, machst du das noch, was du da mal gezeigt hast, was du da morgens alles trinkst und so, und dann hat die eine gesagt, ach, ich muss ehrlich sagen, ich bin so in die Depression gekommen, dass ich das dann nach drei Tagen aufgehört habe, es mir zu anstrengend, ich will morgens einfach nur meinen Kaffee und so, also das ist ein Scheiß, sorry, dass ich das jetzt so sage, ne, also um Gottes Willen, ich will jetzt gar nichts sagen, über irgendwelche Produkte, ne, die werden alle ihre Daseinsberechtigung haben, der Kern, den die vermitteln wollen, ist ja auch richtig, sie können es halt einfach nicht richtig vermitteln, sei, ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch nicht jeder wie wir, ein Experte da drin, und nimmt das schon seit sieben Jahren, irgendwelche Dinge, ja, wo er dann halt wie ein Experte drüber berichten kann, an eigener Haut berichten kann, von der eigenen Familie berichten kann, Bilder vielleicht auch voranarer Bilder hat, kann nicht jeder haben, ne, das will ich jetzt auch gar nicht verurteilen, aber niemand wird ein Pulver oder eine Tablette oder irgendetwas oder selbst eine Infusion einmal nehmen und etwas nachhaltig verändert haben oder überhaupt etwas merken, du musst egal was es ist, etwas auf eine längere Sicht und Dauer tun, um da eine richtige Veränderung und eine nachhaltige Veränderung zu merken. Und das ist einfach halt der Punkt. Und schwierig sehe ich es dann halt, wenn man wirklich verschiedene Influencer anguckt und plötzlich haben alle das gleiche Produkt. Das zeigen die einmal in die Kamera, in vier Wochen, vielleicht dann noch in den vier Wochen vielleicht zwei oder dreimal, und dann ist es weg. Und ihr müsst halt auch einfach mal drauf achten, wenn Videos aufgenommen werden, oder Stories, dann achtet man ja auch auf die Umgebung, was steht so im Hintergrund, und dann wirst du ja auch sehen, siehst du das Produkt irgendwo in der Küche stehen, ne. Und das ist halt einfach das Thema, wo ich halt sage, es ist halt Verarsche, es ist halt einfach eine Verarsche von Leuten, weil es ist natürlich auch kein, wie soll ich sagen, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die dafür bezahlt werden, dass die Werbung machen. Es ist ja auch gut so, dass die Werbung für Dinge machen, die sie gut finden. Und es gibt durchaus Influencer, die machen wirklich nur für das Werbung, was sie für gut empfinden. Und dann ist es ja auch völlig legitim. Aber es gibt halt auch die Konsorten, die halt da, wo es am besten bezahlt wird, oder keine Ahnung, oder möglichst viel, ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt. Aber da würde ich halt an der Glaubwürdigkeit auch zweifeln. Und manche fragen sich zum Beispiel, wenn die meine Posts sehen, ja, jeden Tag diese Morgenroutine, jeden Tag wahrscheinlich denken die, ich kann es ja schon immer sehen. Ja, aber du, jeden Tag, seit einem Jahr siehst du, dass ich dieses Aloe Vera, auf gut Deutsch gesagt, saufe. Und du, ich saufe schon seit sieben Jahren. Und ich mache es genau aus dem Grund, dass man einfach sieht, dass ich das nicht in die Kamera halte, weil ich da Geld verdienen möchte, sondern weil ich das einfach sagen möchte, dass es gut für den Körper ist. Ja, ja, aber ich trinke ja das Aloe Gel, das trinke ich ja aus dem Supermarkt, das kostet ja viel weniger. Ich sage, ich komme, gehe fort, es ist nicht dasselbe. Und nochmal, wir haben eine deutsche Saftverordnung, kann man sich schlau machen, was eine deutsche Saftverordnung ist. Das Original haben wir fertig, da lasse ich auch nicht diskutieren. Güte, Wertigkeit. Weltmarktführer seit über 45 Jahren. Jetzt kann man hier auch Werbung einblenden, Hashtag Werbung, Hashtag Ad, Hashtag Scheißdreck. Aber ja, darum geht es auch gar nicht. Aber es geht um dieses. Guck mal, wir hatten, wir haben doch eine Influencerin ganz lange angeschaut, vor allem auch, wenn wir zu Bett gegangen sind. Blablabla. So. Die hat in einem Jahr, innerhalb eines Fiskaljahres, wenn man das so sehen will, hat die für vier verschiedene Staubsauger Werbung gemacht. Das ist lustig. Und jeder Staubsauger war der geilste. Ja, aber vor allem dieser Staub, also jeder Staubsauger hat ein paar hundert Euro gekostet. Fast auch mehrere tausend, wenn man davon, also klar, die kriegen das sponsorisiert, die kriegen das hingestellt, mach mal ein Video, hier hast du unseren Text, mach mal hier ein bisschen Werbung jetzt für uns. Aber ganz ehrlich, da hört es für mich auf. Also vier Staubsauger, weiß ich nicht. Oh je. Und dann einmal hatten sie alle diesen Saug- und Wischroboter. Keine Ahnung, irgendeine Marke, ich weiß es nicht. Ja, 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 stimmt, stimmt. Wir haben ja auch alle so Leute, die mal anschauen, abonniert haben. In jedem YouTube-Video, ja. Und dann hast du gesehen, jetzt ist in der KW, in der KW 5 ist der dran, in der KW 6 ist der dran, in der KW 7 ist der dran, fertig. Natürlich. Ja, du, das ist ja auch alles okay, wenn man weiß, damit umzugehen und weiß, dass es halt so ist, dass die bezahlt werden und um Gottes Willen, aber die Sache ist halt einfach die, was ich damit sagen will, ist, du kannst in dieser, also in dieser Kurztlebigkeit wird es nichts geben. Also du kannst so nicht einmal Yoga machen und denken, ich habe jetzt nachhaltig was verändert oder genauso wie, keine Ahnung, du machst eine Reiki-Behandlung und denkst dann, ich bin jetzt geheilt. Das funktioniert so nicht. Egal, wenn ihr mal, ich gebe euch mal einen Tipp, egal wo ihr hingeht, ob ihr zum Heilpraktiker geht, ob ihr zu einem Mental Coach geht, ob ihr zu jemandem, ob ihr Reiki wirklich Behandlung macht, ob ihr Meditation macht, ob ihr Hypnose macht, ob ihr auch Sport macht, das wird wahrscheinlich auch jeder Personal Trainer bestätigen. Also wenn man wirklich anfängt, Sport zu machen, eine Veränderung merkst du einfach erst nach einer, oder Massage. Stell dir vor, du gehst zur Massage, du wirst doch von einer Massage nicht irgendwie was merken. Da muss ich doch kontinuierlich, da muss ich doch routiniert hingehen oder schwimmen. Ich merke doch nicht, dass es mir besser geht, weil ich jetzt einmal eine Stunde schwimmen war. Da musst du doch jede Woche eine Stunde schwimmen oder zwei, dreimal die Woche schwimmen. Und so ist es doch mit allem. Jeder wird dir sagen, wenn du mal eine Bioresonanz machst oder wenn du mal von mir aus eine Hypnose machst. Einem Hypnose wird dir auch nicht reichen. Macht man ja meistens mehrere Sitzungen oder Reiki-Behandlung. Du schöpfst immer oben ab. Du behandelst das Thema, was dich im Moment betrifft. Angenommen zum Beispiel, wir haben das Thema Rückenprobleme. Egal welche. Du gehst da hin, weil du hast Rückenprobleme. Die Leute fangen an, mit dir zu arbeiten. Du schöpfst ab. Der Rücken, okay, vielleicht war es der untere Rücken, der wird besser. Auf einmal ist es aber die Schulter. Auf einmal, ne, also ist es dann die Wirbelsäule oder so. Warum? Weil das ist ja nur diese Ursache, warum es dir schlecht geht. Das ist ja nur die oberste Schicht, die rausgekommen ist. Aber das, warum es dir schlecht geht, das sitzt hier unten. Das ist wahrscheinlich hier der Kern und am Ende kommt wahrscheinlich raus, dass dein Rücken kommt von vielleicht Blockaden, von Angstzuständen, die du hast. Du bist vielleicht immer angespannt, weil du immer unter Dauerstrom stehst, ne, weil du Angstzustände hast oder so. Oder Leute, die nachts, wie nennt man das, Zähne knirschen, ne, verschiedene Dinge, die kommen. Die Ursache liegt so tief, aber wir schöpfen, wenn wir, wenn wir mit, wenn wir wirklich ganzheitlich anfangen, damit zu arbeiten, wenn du richtig was verändern willst, nicht nur zum Arzt gehen und Ibuprofen nehmen und dann ist das Rückenschmerzen weg, dann wirst du oben abschöpfen und unten kommt einfach immer mehr Dreck raus. Und ich gebe dir Brief und Siegel, egal wo du hingehst. Wie gesagt, ob es jetzt zum Heilpraktiker ist, ob du jetzt eine Bioresonanz machst, ob du, keine Ahnung, wie gesagt, Reiki-Behandlung, egal was du machst, würde dir jeder genau das sagen. Wir fangen an abzuschöpfen, aber auch eine Therapie. Wenn du zu einer Psychotherapie gehst, zu einem Psychologen, der sagt, okay, wir machen eine Sitzung, wir fangen an, du sprichst, du wirst oben erstmal wegnehmen, aber unten kommt immer mehr raus und es dauert manchmal ein Jahr, manchmal dauert es zwei, bis du alle Themen aufgearbeitet hast und du bist, wie gesagt, vielleicht hin wegen Rückenschmerzen und am Ende kommt, wie gesagt, raus. Es liegt vielleicht auch an deiner Darmgesundheit, keine Ahnung, aber es kommt auf jeden Fall, wenn du wirklich die Ursache suchst, was ganz anderes raus. Oder? Ja, ich merke, wir driften irgendwie ab. Aber es ist so. Meine allerehrlichste Empfehlung, die ich abgeben kann, ist wirklich, was macht ihr mit eurem Mobiltelefon, was macht ihr mit eurem Rechner, mit eurem Tablet? Filtert wirklich mal heraus, bringt es euch gerade was? Bringt es euch weiter? Oder ist es wirklich nur Ablenkung vom Wesentlichen? Ist es wirklich nur Zeitvertreib? Ist es, ja, keine Ahnung, was ihr damit erreichen wollt, weil ganz ehrlich, es ist ja auch immer mal anstrengend, für den ganzen Organismus, für die Augen, die ganze Zeit drauf zu gucken, sich zu konzentrieren, das auch wieder für sich zu filtern, also man muss echt damit aufpassen, wohin man seine Energie gibt. Und auch ganz kurz, ich habe da noch ein Hot Take von mir. Ich folge ja auch einigen Kraftsportlern, Kampfsportlern mittlerweile auch. MMA, so habe ich Gefallen dran gefunden. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Gesicht davon. Ein super Typ, aufgeweckt, hat viel Know-how. Ich finde es sehr gut, wenn dann jemand, der so eine Reichweite hat, auch so Themen präsentieren kann. Jetzt ist das Thema Cortisol hochgekommen, Stresshormon, was uns morgens hilft, wach zu werden. Ja, dieses Stresshormon, was halt in viele verschiedene Richtungen gehen kann, dass man nicht abnehmen kann, wenn man ständig unter Dauerstress ist. Dieser Hingeback, dieser Knubbel am Rücken oder am Hals da oben ist meistens auch ein Symptom davon, also eine Ursache deswegen, weil man viel Stress hat und sowas. Ich finde es halt wieder nur irgendwo amüsant, das sind so Themen, die haben wir die ganze Zeit. Deswegen müssen wir wahrscheinlich noch ein Format starten oder ich viel mehr, werde ich noch ein Format starten, wo ich auch über sowas reden werde, reden möchte. Mal gucken, wo wir das noch zeitlich hinkriegen, reinpacken. Aber es gibt so viele Themen, die nicht nur erst wichtig sind und richtig sind, wenn es ein Influencer sagt, die sind schon vorher richtig und wichtig. Und ich denke, mit unserer Audienz, mit euch, können wir da auch einiges bewegen und aber auch vor allem für die Richtigkeit halt eben sorgen. Aber du hast gerade was Richtiges gesagt, das Thema Stress. Also ich glaube, der Zeitpunkt, an dem viele lachen, wenn man über das Thema Burnout und Depression spricht, ist lange vorbei, weil wirklich, glaube ich, jeder Zweite an dem Thema Depression, Burnout, Stress leidet. und das hat einfach massiv zugenommen, seit so vier, fünf Jahren einfach. Und das Thema ist einfach das, also gerade dieses Thema Stress, ist ja auch so ein ganzheitliches Thema. Also, was Thomas sagt, Cortisolausschüttung. Bei mir war es schon eh und je so, wenn ich viel Stress habe, dann konnte ich sogar nichts essen und habe gefühlt zugenommen. Und genau das ist es halt, weil du bist unter Stress, es wird Cortisol ausgeschüttet und in dem Moment nimmst du einfach zu, egal, da kannst du machen, was du möchtest. Das Ding ist, okay, jetzt muss man halt den Stress wegbekommen. Wie kann man den Stress wegbekommen? Auch den Stress bekommst du nicht nur durch einen Kanal weg. Also du kannst ja nicht sagen, okay, als Ausgleich gehe ich jetzt joggen. Also es wird nicht reichen, weil wahrscheinlich wäre vielleicht noch eine Meditation gut. Vielleicht wäre noch gut, du machst irgendwie, keine Ahnung, von mir aus eine Gesprächstherapie oder du, du, weißt ja, Kuckuckuck, Stress hat auch was damit zu tun, wie ist der Hormonhaushalt. Vielleicht ist dein Vitamin-D-Haushalt schlecht. Sollst du vielleicht Vitamin-D konsumieren, weil das hilft ja auch irgendwo für dein Stresslevel oder B12 oder keine Ahnung. Also auch das ist ja ein ganzheitliches Thema wieder. Vielleicht Kaffeekonsum einfach mal zurückschrauben. Also auch das hat was zu tun. Deswegen, es sind immer ganzheitliche Themen und es geht einfach nicht mit einem Finger wisch nach oben und deine Probleme sind weg und Dinge sind gelöst. Deswegen will ich einfach mit diesem Podcast Werbung dafür machen. Bitte seid nicht so schnelllebig. Bleibt an Themen dran. Und wenn wir jetzt einfach nur von diesem Aloe-Gel von mir aus ausgehen, das muss man, da muss man einfach wirklich mal entweder eine Darmkur machen, wie wir es machen oder einfach eine Mini-Darmkur und dann mal täglich trinken für mindestens ein Jahr, dass du einfach mal nachhaltig deine Depots füllst, deinen Darm gereinigt bleibst, du da einen Effekt merkst. Du merkst keinen Effekt, weil du dir jetzt drei Beutel kaufst und das mal einen Monat machst. Also ich meine, klar, es schadet dir das nicht und ist natürlich gut, wenn du es wenigstens mal die drei Monate machst, aber um nachhaltig was zu erreichen, musst du einfach dranbleiben an allen Themen. Ich tue Omega-3 nicht mal einen Monat konsumieren oder supplementieren. Omega-3 muss ich jeden Tag supplementieren. Also mein Immunologe empfiehlt mir sogar Omega-3 Infusionen, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also von dementsprechend bitte, egal welches Thema, hört auf mit dieser Schnelllebigkeit. Wenn ihr mit was anfangt, dann bleibt bitte dran und bitte vertraut nicht blind auf irgendwelche Werbung, auf irgendwelche Influencer, wie Thomas sagt, recherchiert, ein bisschen Selbstrecherche betreiben, im Internet, ein paar verschiedene Leute zu dem Thema anhören. Zum Beispiel, ich habe mich über ein Jahr mit dem Thema Wasser auseinander gesetzt, weil ich einfach mit der Qualität unseres Trinkwassers nicht zufrieden war und mir gedacht habe, dass viele Probleme oder viele Themen, die ich mit meinem Körper habe, mit Sicherheit auch von unserem Wasser kommen könnten. Und ich habe in verschiedene Richtungen wirklich mit verschiedensten Menschen gesprochen, die sich gar nicht kennen. Ich habe mir diverse Videos angeguckt, die auch, sage ich mal, nichts miteinander zu tun hatten, bis ich mich dann entschieden habe, mir eine Umkehrosmoseanlage zu kaufen und einfach mein Wasser zu filtern. Also deswegen, ein bisschen Recherche betreiben, ein bisschen Leidenschaft und wenn man sich für was entscheidet, dann auch bei dieser Sache bleiben. Das ist so mein Appell. Prüft jedes Angebot, prüft euch selbst, seid nicht einfach auch nur der Fitnessstudio Besucher, der im Januar schnell, schnell abnehmen will. Nein, es obliegt immer eurer Motivation und Disziplin vor allem etwas zu ändern. Überprüft euren digitalen Konsum, eure Videospielzeit, eure Netflix und Chill Bullshit-Zeit, hört euch auf da jedes Mal zu betäuben. Ansonsten noch eine wundervolle Woche, einen wundervollen Montagabend oder einen wundervollen Tag, je nachdem, wie man das Ganze schaut und hört. Bis dahin, Ciao.